Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ihr seht's wahrscheinlich schon im Titel eingeblendet und zwar Video ohne Facecam, deswegen... Ähm... Ist das hier ein Video ohne Facecam? Ich sag vorher mal kurz ein paar Worte, was ich mir dabei gedacht hab und zwar denke ich mir ja jeden Freitag irgendwas, okay, was könnte ich in Minecraft machen? Könnte ich ein Command vorstellen? Könnte ich irgendein PvP zocken? Irgendwatt? Aber es muss ja vielleicht mal ein bisschen was sein, was ich noch nicht so gemacht hab. Deswegen hab ich jetzt gedacht, ich teste diesmal einfach, dass ich so eine stumpfe, runde Survival Games ohne Facecam zocke, so wie ich's quasi damals vor drei Jahren gemacht hab oder vor vier Jahren... Wann hab ich mit... Vor fünf Jahren? Ich weiß es grad gar nicht mehr so genau. Jedenfalls hab ich halt damals so Minecraft PvP gebracht und dann so, keine Ahnung, Survival Games ohne Facecam und einfach nur gezockt und ich war ja trotzdem scheiße und das wird für mich total schwierig sein, weil ich ja voll oft mit euch so interagiere über diese Facecam und die ist jetzt einfach... Jetzt ist die Facecam einfach weg, Alter. Fuck this shit. Ich lass die Facecam an sich einfach mal weiterlaufen, also für mich läuft die gerade rechts noch, weil ich die am Ende des Videos wieder einblende und wir zocken jetzt erstmal eine Runde Survival Games, haben hier direkt Boots und einen Helmet. Ist hier irgendwie... Oh, fuck this. Oh, du heilige Scheiße. Ach, guck mal, ne Kiste. Oh, ein Schwert. Guck mal, hier ist tatsächlich noch ne Kiste mit nem Steinschwert. Och, ich werd nicht mehr, Freunde. Das kann nur geil werden. Ich merk jetzt schon wieder, dass es für mich nie ein... Oh, guck mal die. Was bringt diese verfickte... Oh, da ist ein Spieler. Äh. Ah, jetzt hast du gesehen, dass ich ein Schwert... Ah, du... Verfickte... Ah. Blöd, Mann. Halt's Maul. Er denkt, glaub ich, jetzt, ich bin AFK. But I'm not AFK. I AFK, you fucking bastard, man. Du schadest mir nicht mit deiner blöden Angel. Oder? Fuck, er schadet mir. Oh, ich werd nicht mehr. Oh, dieser... Ah. Freunde, es fällt mir sowas... Oh, fuck, jetzt bin ich hier natürlich. Oh, wow. Oh, oh, damn. Was füllt sich da schnell? Es fällt mir so schwer, das Ganze zu kommentieren, Alter. Ich kann's gar nicht mehr. Ich muss... Weil sonst immer, wenn ich dann weiß, okay, jo, ich halt jetzt die Fresse, dann guck ich halt schnell in die Facecam und weiß dann, okay, ich inter... Ist das nicht eine COD-Map, die wir hier grad zocken? Dann weiß ich so, jo, ich interagier jetzt irgendwie mit euch und frag euch irgendwie, wat'n Scheiß oder... Geht's direkt schon los? Komm ruhig... Ah, warte, warte! Ah! Ich glaub, ich werd das ganze Video nur darüber rummeckern, wie blöd diese Idee war, das Ganze ohne Facecam zu machen, weil ich total eingeschränkt bin, was das Schneiden angeht, weil ich ja voll oft einfach an die Facecam ranzoome oder dann mal was anderes mache oder... Das ist schon wieder eine COD-Map. Oh mein Gott, okay, die Kiste ist nice. Ich habe hier eine Hose, ich habe hier so ein Ding, ich habe schon ein Schwert und die da hinten boxen sich schon tot. Ey, ich werd ja nicht mehr. Hey, hey, Tag! Ich boxe dich und du kannst mir nichts, weil ich boxe dich und du kannst mir nichts und ich... Oh mein Gott, ich habe einen Kill! Guck mal, ich kann hier langlaufen und jetzt bin ich hier... Ha! Ja, was mache ich jetzt hier? Ich habe ein Steinschwert und mache jetzt einen Dropkick auf den... Nennt man das Dropkick? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt auf irgendwen drauf, wenn ich jemanden finde, hier irgendwo, vielleicht versteckt sich ja hier irgendwo ein Mensch, der denkt, wow, okay, wow, Luca, den kann ich auf jeden Fall... Das ist... Ah, noch eine Hose! Hier kann ich mich tatsächlich noch an meine COD-Zeit erinnern. Ich stand nämlich immer hier und habe auf die anderen da hinten gesoomt. Ähm, und, äh, habe es aber irgendwie nie hingekriegt. Kann ich nicht hier irgendwie jetzt so Combo-mäßig und so ein Shit... Oh mein fucking Gott, wieso bin ich da denn? Wie viele leben denn noch? Es leben noch fünf Spieler und ich muss jetzt hier einfach mal, ähm, vielleicht... Das sieht lecker aus. Hey, kannst du leider zu mir kommen eben schnell? Ich möchte nicht... Ja, ja, hey, Tag! Hey, hey, spitze, spitze! What the fuck? Der hat einen verfechtet... Ah, ich wurde vierter, glaube ich. Wenn alle, die jetzt in den Kommentaren wieder rumhaten, wie schlecht ich denn sei... Ja, ich dachte vielleicht tatsächlich, dass ich mich irgendwie verbessere, wenn ich meine Facecam nicht anhab und ich mich dann mehr auf das Spiel konzentriere. Das war, äh, aber ein kompletter Griff ins Klo irgendwie. Nein, die Kiste hole ich mir. Da, die hole, und direkt ein Steinschwert. Und jetzt ist der Typ da hinten. Der wird jetzt erstmal... Tatsächlich, ähm... Wo ist der hin? Na! Oh, ich bin im Wasser. Das ist, ähm... Das... Da sehen wir wieder, wie... Wie toll ich in diesem Spiel bin tatsächlich. Ich hab mir halt tatsächlich gedacht, dass ich vielleicht irgendwie besser werde, wenn ich, äh... Oh, 20 Punkte! Oh. Oh. Ich hab's verfickt nochmal Poke, Jaco. Kann mich vielleicht jemand retten hier drin? Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Irgendjemand. Irgendjemand. Und ja, ich hab mir wirklich eingebildet, dass ich vielleicht höhere Scores erreichen könnte, wenn ich einfach... Wow, okay, 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 moment, 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 moment. Ich, äh... Ich will jetzt erstmal hier ganz kurz die Sachen anziehen und jetzt, äh... Ich hab keine Waffe. Fuck. Au, 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 okay. Well, okay. Der, der was... Ähm... Willst du gefälligst von dem blöden Schiff da weggehen? Ich habe hier drin ein Schwert. Das ist doch schon mal, äh, ne... Ne schöne Nachricht, tatsächlich, ne? Gott, sind hier viele Kisten überall. Ich, äh... Hab ich Pfeile? Ich hab, äh... Ne, ich hab keine Pfeile und, äh... Kann ich irgendwie... Kann ich hier... Irgendwie kann ich ihn da hinten angeln? Nein, das, äh... Kann ich mir einen Fisch angeln? Hey, Fisch, kannst du echt gerade mal zu mir kommen? Ich hab ein bisschen Hunger auf Fisch gerade. Ich hab nur Fleisch im Inventar. Er denkt sich auch so, was ist mit mir los? Lass mich in Ruhe. Es sind meine Fische da unten. Ey, kannst du vielleicht, ähm... Ach, der will mich hier runterschubsen, der Blödmann, ne? Ich dachte, er will mit mir zusammen fischen. Aber ich glaube, die sind hier tatsächlich... AAAAAAAA, MEIN GAUD! Hier sind nicht so nette Menschen, wie ich mir... Au, 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 au. Äh, nein, 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 nein. Ey, komm, jetzt, jetzt. Chill your, chill your base. I just wanted to grab the Fisch and... Die Facecam ist jetzt wieder an. Ich... Oh, okay, es geht schon wieder los. Nur damit ihr mal seht, was jetzt der Unterschied ist mit der Facial Expression. Oder wie man das auch immer nennt. Damit ich einfach zeigen kann, wie ich mich fühle. Und ich meine... AAAAAAA, MEIN GAUD! Lass mich in Ruhe! Ich werde an dieser Stelle das Video beenden. Ich klicke mal auf Leave, bin jetzt wieder hier in der Lobby. Ähm, das war jetzt mal so ein Test, wie ich kommentieren würde oder schneiden würde, wenn ich keine Facecam mehr an hätte. Und ich glaube, es war tatsächlich hart langweilig. Ich wollte es für mich selber einfach mal als Test sehen, auch um mal jetzt gleich in die... Wenn ich das Video hochgeladen habe, in die YouTube Analytics reinzuschauen, um mal zu schauen, wie lang die Leute so dran waren. Das wird ja mittlerweile alles getrackt. So, der und der ist so lange dran geblieben. Und der und der hat das... Und, ähm... Äh... Das interessiert mich mal selber irgendwie, wie, äh... Das irgendwie, wie, wie lang man dran bleibt, wenn man nicht das Gesicht von einem YouTuber sieht. Und, keine Ahnung, so ein gewisses Social Experiment. Das hört sich viel zu Intellektuell an dafür, um sowas zu machen. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Vielleicht sagen ein paar, yo, ey, Digga, das ist richtig cool. Mach das nochmal. Und ich denke, dass alle sagen werden, nee, das macht gar keinen Sinn. Aber sonst würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Und, ähm, äh... Write down in the comments what you think about that shit and stuff. Ich bin gerade in New York, wenn ihr das Video gerade seht.